Jetzt haben wir so ein Gebiss von Opa und sein Taschentuch und sein Haarnetz und alles mögliche, also sonst noch irgendwas. Das hatten wir ausprobiert, das ist zweimal Rezept, ne? Oder ist da was anderes? Ne, Notizen und Rezepte, das war aber das gleiche, ne? Da hat er nichts anderes gesagt zu Notizen. Noch mehr Rezepte? Nö, er sagt auch bei den Notizen, sagt er, dass das Zeug ist. Das ist der Kessel, beim Kochbruch sagt er wieder das gleiche wie mit den Rezepten und wir können die Tür wieder zumachen. Ja, ich dachte mir schon, wir gehen jetzt mal ins Inventar und probieren ein paar Sachen aus hier. Tut mir leid, aber das nehme ich nicht in den Mund, ausgehend von der Basis, dass sich Opa darin bereits die Nase geschneuzt hat. Danke, dass du das so ausdrucksvoll und auch deutlich ausgesprochen hast. Können wir es nochmal hören? Wie hat er denn da gesprochen? Tut mir leid, aber das nehme ich nicht in den Mund, ausgehend von der Basis, dass sich Opa darin bereits die Nase geschneuzt hat. Ausgehend von der, okay, super. Ähm, das Haarnitz, kannst du das mal ablutschen? Ja, lecker. Es geht doch nichts über das belebende Gefühl von Läusen, die zwischen den Zähnen hin und her krabbeln, nicht wahr? Ja, was weiß ich, du hast ja so eine komische Funktion, alles in den Mund zu stecken. Das nehme ich garantiert nicht in den Mund. Es ist weder meine Größe noch meine Geschmacksrichtung. Ich will nicht wissen, auf was das schmeckt. Das macht aber nichts. Die Mädels hier im Chat, die essen auch gern Kekse. Andere als die Luna. Nein, das ist kein Löffel. Seltsam. Wie komme ich da überhaupt drauf? Das ist kein Löffel? Achso. Ich bin ja schon ruhig. Achtung, dann den Mund zuschließen, okay. Zettel ablutschen. Ich soll dreimal täglich die Zähne putzen. Aber hier steht nicht wessen Zähne. Ich kaue nur meine eigenen Fingernägel. Ähm, jetzt haben wir es, glaube ich, ne? Das hieß hier, ja? Wir müssten jetzt nochmal gucken. Komm mal, Spot. Spot nehmen, ins Inventar gucken. Ach, das geht gar nicht. Ich hätte alles vorher ausprobieren müssen. Das ist ja schade. Jetzt kann ich Spot nämlich nicht mehr nehmen. Ich kann Spot jetzt hier irgendwie zu den, zu den Notizenpacken. Hier gibt es auch ein paar leckere Wurmrezepte. Die zeige ich Spot lieber nicht. Nein, Spot. Hier gibt es nichts zu sehen. Der Rülpst auch noch. Wie süß. Nein, Spot kommt nicht als Fleischeinlage in die Suppe. Da kann Opa noch so oft betteln. Ach, ich kann es andersrum machen. Die Inventarsachen auf Spot benutzen. Das geht natürlich. Was hatten wir noch, was wir nicht mitnehmen können? Kochbuch ist das gleiche wie die Rezepte-Frosch. Raupen eignen sich deutlich besser als Haustiere. Frösche halten einfach nichts aus. Und das war's, ne? Wir hatten nur noch die Tür. Ich wollte Spot beibringen, Türen zu öffnen. Aber er kommt einfach nicht an die Klinke. Ich kann mir gar nicht vorstellen, warum nicht. Also, dann Spot wieder loslassen. Dann probieren wir das nochmal. Gepisst. Ja, Ben dachte auch mal, dass das eine lustige Idee ist. Er konnte zwei Wochen lang nicht jonglieren. Ich war selten so stolz auf Spot. Da hat er ihm das so gepisst gegeben. Und dann hat er ihm erstmal in die Finger gepisst. Und das ist ja cool. Super hast du das gemacht, Spot. Das unterstütze ich. Gott sei Dank hat Spot keine Krallen. Wer weiß, was er damit anstellen würde. Ach komm, ich muss daneben, damit er selber weggeht. Ich habe Spot bereits etwas zu trinken gegeben. Ach so, das wäre die Aufgabe, die auf dem Zettel steht. Okay. Schlüssel? Guck mal, Spot. Ich habe einen Schlüssel gefunden. Ben wollte sicher nicht, dass ich den finde. So klug ist er also gar nicht. Bist halt klüger als dein Bruder, Mensch. Oder doch nicht so doof. Bei dir würdest du wahrscheinlich genauso pessimistisch sein und sagen, du bist halt doch nicht so doof. Spot muss noch lange nicht begraben werden. Ach, das hatten wir schon. Ach, das hatten wir schon. Das kennen wir schon. Und was hatten wir jetzt noch hier mitgenommen, was von hier kommt? Das Taschentuch. Und das Haarnetz. Komm, wir probieren mal das Haarnetz aus. Nein, ich muss das noch mit der Steuerung hinkriegen. Haarnetz nehmen, zur Seite fahren. Spot braucht kein Haarnetz. Und er schämt sich auch nicht für seine Glatze. Ja, ich würde das jetzt auch nicht als Glatze ansehen. Stimmt schon, er hat keine Haare. Spot braucht kein Taschentuch. Er hat keine Nase. Gut. Dann sind wir alles doof und gehen hier wieder raus. Das war erst der zweite Ort, also jetzt der dritte Ort, wenn wir draußen mitrechnen, an dem wir Zeug machen können. Das Spiel wird dauern, aber das gefällt mir und es ist so schön freundlich und schön gezeichnet und so nett. Und ich mag einfach Spiele mit Musik im Hintergrund, die so freundlich sind. Und hier haben wir noch so einen Schnarchi. Hallo Schnarchi, was kann man mit dir machen? Angucken, haben wir es schon. Lass Bruno in Ruhe. Im Gegensatz zu dir hat er seine Arbeit für heute schon erledigt. Mann, du. Kein Wunder, dass der so schlecht drauf ist, wie du den behandelst. Bruno? Schade, er schläft. Er ist der Einzige in der Familie, der mir zuhört. Wenigstens hast du Spot. Du hast doch Spot noch. Zählst du nicht als Familienmitglied, sondern als guten Freund. Haben wir jetzt noch irgendwas, was wir übersehen haben? Ui. Ach ja doch, wir konnten alle Wäschesachen anklicken, den Wohnwagen, die Tür. Den anderen Wohnwagen, der Opa leuchtet rot. Wieso leuchtet der Opa rot? Weil wir noch nicht mit ihm gesprochen haben, glaube ich, ne? Können wir noch angrapschen oder was? Ich weiß nicht. Der Stuhl schaukelt schon lange nicht mehr. Oh, okay. Hopp. Hallo, Opa. Oh, hallo, Ben. Du siehst ganz anders aus. Hast du einen neuen Hut? Ich bin nicht Ben, Opa. Ich weiß, Ben. Sie machen die Hüte nicht mehr so wie früher. Ich bin Sedgwick. Als ich noch ein kleiner Clown war, da gab es noch richtige Hüte. Mit großen, festen Bommeln. Sedgwick, dein Enkel. Ich konnte mit meinem Bommeln einen ausgewachsenen Ochsen-K.O. schlagen. Ich weiß, das arme Tier. Aber damals trug man die Hüte eben so. Was hast du auf dem Herzen, Ben? Ach, so funktioniert das in Unterhaltungen. Ich wünschte, du würdest nicht mehr mit Ben verwechseln. Ich habe schon wieder einen dieser schrecklichen Albtrümmer gehabt. Sag mal, Opa, du hast doch viel erlebt. Ich hoffe, ich darf da mehr fragen. Ich wünschte, du würdest mich nicht immer mit Ben verwechseln. Ja, die Welt ist ein Jammertal, wenn man jung ist. Alle sind gegen einen. Aber es gibt Schlimmeres als zwickende Hüte und zwickende Hemdsärmel, weißt du? Wie immer lausche ich die Gebannt, Opa. Im Alter kommen noch zwickende Schmerzen und zwickende Hosen hinzu. Das, mein Junge, ist die wichtigste Erkenntnis, die das Alter für dich bereithält. Weite Hosen sind die treuesten Freunde, die du dir wünschen kannst. Himmel, hat er es schon wieder geschafft, das Thema auf seine Hose zu lenken. Ich habe schon wieder einen dieser schrecklichen Albträume gehabt. Es gibt einen Reim zu diesem Thema, den ich noch aus meiner Jugend kenne. Leider ist er mir entfallen. War es vielleicht, Träume sind Schäume? Was, so ein Unsinn. Träume sind keine Schäume. Schäume sind sehr nützlich. Unsere Wurftorten bestehen fast nur aus Schaum. Außerdem rühre ich mir morgens immer einen Löffel Rasierschaum in den Kaffee, damit er länger warm bleibt. Und das funktioniert? Nein, aber man bekommt schreckliche Kopfschmerzen davon. Und wenn du Kopfschmerzen hast, ist dir egal, ob der Kaffee kalt ist. Sag mal, Opa, du hast doch viel erlebt. Ha, das will ich meinen. Frag mich ruhig so viel, so viel, wie du nur tragen kannst. Das war jetzt fast wie der Übergang von diesem alten Kreis, der bei Haves neuer Augen in diesem Geschichts-Dingsbums-Zeug da hängt. In dieser Abstellkammer hängt der doch an dem Teil. Der hat seinen Satz bis zu einem bestimmten Punkt und dann hat er mit einem ganz anderen Satz weitergemacht. Frag mich so viel du tragen kannst. Was weißt du über den Herbstwald? Der Herbstwald ist ein verwunschener Ort voller Geheimnisse. Seltsame Kreaturen wohnen darin, aber lange nicht mehr so viele wie früher. In der Vorzeit haben hier die unterschiedlichsten Völker gelebt. In zahlreichen Ruinen und Höhlen findet man noch immer ihre Spuren. Als ich alt war, stand das halbe Tal noch unter Wasser. Jetzt gibt es nur noch den kleinen See mit der Insel. Und an mehr kann ich mich im Moment nicht erinnern. Kein Wunder. Du kennst ja nicht einmal mehr deine Haarfarbe, wenn du eine Stunde lang nicht in den Spiegel guckst. Aber ich weiß noch, dass sie mit G beginnt. Das zählt nicht. Du rätst nur. Aber ich habe recht. Ja schon. Siehst du, und mehr will ich gar nicht wissen. Oh, bitte lass es gelb sein. Was weißt du über Albträume und Visionen? Ich weiß genug darüber, dass ich mir nicht anmaße, eine Meinung dazu abzugeben. Nur echte Orakel können Träume deuten. Und auch nur sie können dir sagen, ob es sich um eine Vision handelt. Ich dachte auch einmal, ich hätte eine Vision, weißt du? Ein Engel erschien mir und sprach, dass meine Hose die einzige Welt retten wird. Ich war so aufgeregt. Ich machte Pilgerfahrten, scharrte Jünger um mich und veranstaltete Gottesdienste. Und das ohne jemals die Hose zu wechseln. Schließlich offenbarte mir eine Zigeunerin, dass alles nur ein Albtraum war. Oh je, Ben. Du kannst dir kaum vorstellen, wie sehr ich mich geschämt habe. Fünf Jahre Kloster und das Ganze nur wegen eines Peperoni-Auflaufs vor und zu Bett gehen. Entschuldigung. Weißt du was? Ich schlage es einfach selber nach. Ja, sicher ist sicher. Ich wirke zwar noch immer sehr klar im Kopf, aber manchmal geraten mir doch hier und da ein paar Details durcheinander. Das war auch das, was wir gerade, oder? Nee, das war das vorher. Sag mal, Opa, du hast doch viel erlebt. Ha, das will ich meinen. Frag mich ruhig so viel, äh, so viel. Ach, so viel du tragen kannst, genau. Entschuldigung. Weißt du was? Ja, ich wirke zwar noch immer sehr klar im Kopf, aber manchmal geraten mir doch hier und da ein paar Details durcheinander. Bis später. Kopf hoch, Ben. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, der arme Sedwig. Also mit Ben darf man ja wahrscheinlich nicht sprechen, oder? Der ist ja eine Nulpe. Hallo Ben. Hallo Schlafmütze. Wie oft muss ich dir eigentlich noch sagen, dass die Proben bei Sonnenaufgang beginnen? Ich kann nichts dafür. Ich hab so schlecht geschlafen. Schlecht geschlafen? Was soll das heißen? Doch nicht schon wieder diese Albträume. Das sind keine gewöhnlichen Albträume. Es wirkt alles so echt. Das Beben, die zerklüfteten Felsen. Himmel Sedwig. Jetzt reiß dich mal zusammen. Du bist ein Clown, ein Gaukler. Du sollst die Leute fröhlich machen und nicht deprimieren. Wann ist unser nächster Auftritt? Ach, wer weiß. Dieser Landstrich ist genauso leergefegt wie die letzten, durch die wir gezogen sind. Die Menschen verlassen das Land. Sie haben Angst vor dem Ende. Kann ich jemand anderes den Clown spielen? Und was willst du dann machen? Eine Löwendressurnummer? Sehe es ein, Sedwig. Du bist einfach nicht talentiert genug für die wichtigen Nummern. Du kannst nicht jonglieren, du kannst keine Torten werfen. Nicht einmal deinen Trick mit dem Kanonenschuss beherrschst du. Vielleicht hab ich auch einfach keine Lust aufhubende Nasen- und Furzgeräusche. Wir könnten doch auch anspruchsvolle Unterhaltung machen. Was denn zum Beispiel? Ich habe ein paar Gedichte geschrieben. Oh, bitte. Verschon mich mit deinen Gedichten. Glaub mir, dieses verkopfte Gejammer braucht niemand. In dunkelster Nacht schleiche ich an den Spiegel. Ich blicke hinein und sehe den Clown. Je lauter er lacht, desto mehr wird mir übel. Oh, finstere Welt voller Schmerzen und Grauen. Tja, Sedwig, und genau das ist der Grund, warum niemand dich mag. Wenn du schon etwas dichtest, könnten es wenigstens lustige Limericks sein. Limericks? In dunkelster Nacht schlicht der Clown, zum Spiegel sein Bild zu beschauen. Das Bild lachte frech, dem Clown wurde schlecht. Oh, finstere Welt voller Grauen. Okay, also keine Gedichte. Aber... Oh Mann, dieser Typ. Das ist ja... So einen Bruder zu haben, echt. Bei so einem Bruder braucht man keine Feinde. Wie wäre es mit Theater? Ha, Theater. Diese schwülstigen Angeber versteht doch kein Mensch. Weißt du, warum die Leute den Zirkus lieben? Weil sie dabei nicht nachdenken müssen. Ah, verstehe. Wenn jemand also auf der Suche nach einer richtigen Hohlbirne ist... Dann ist er bei mir genau an der richtigen Adresse. So ist es. Alles klar. Nee, warte mal. Schon gut. Die Idee mit dem Theater ist gestorben, aber... Dem hat er es jetzt aber gezeigt. Was hältst du von Philosophie? Was für ein Ding? Was könnte unterhaltsamer sein, als die Natur des Universums zu hinterfragen? Es bleiben zu lassen? Hast du noch so eine grandiose Idee? Äh, was Intelligentes? Irgendwas Intelligentes halt. Hör mal. Wir verdienen gutes Geld, ohne wirklich etwas herzustellen. Was könnte intelligenter sein? Ach ja. Du hast recht. Zirkus ist die einzige lohnenswerte Unterhaltungsform. Spar dir deinen Sarkasmus. Niemand mag bissigen Humor. Übe lieber dein Rülpsalphabet. Oder den Kanonenschuss. Entschuldigung. Ach ja. Ich übe lieber dein Rülpsalphabet. Okay. Ähm. Ich glaube, meine Albträume haben etwas zu bedeuten. So ein Unsinn. Träume sind nichts weiter als ein Rückzugsort für Versager. Es ist dasselbe wie mit deinen Büchern oder deinen Gedichten. Es wird Zeit, dass dein Leben in der Realität stattfindet. Der Ernst des Lebens, klingelt da etwas? Hm. Geht es dabei um bunte Bälle und Clownsschminke? Mann, Sedwig, du bist echt anstrengend. Wahr endlich auf und mach dich nützlich. Kann man eigentlich das Zugtier irgendwann mal abstellen? Gibt es etwas zu tun? Hast du etwas schon wieder vergessen, was deine Aufgaben sind? Du hast es dir doch extra aufgeschrieben. Ach das? Das meine ich nicht. Ich würde gerne etwas Sinnvolles mit meiner Zeit anfangen. Etwas Bedeutungsvolles. Nicht diese deprimierende Alltagsroutine. Je früher du damit anfängst, desto eher kannst du... Hey, verdreh nicht so deine Augen, junger Mann. Pflicht ist Pflicht. Am besten, du probst als nächstes deinen Kanonenkugeltrick. Oder du guckst dich in der Gegend um. Vielleicht findest du jemanden, der sich unsere Vorstellung ansehen möchte. Dann mache ich lieber das Zweite. Wie übersteuert das eigentlich, wenn die sprechen, weil das bei mir so wahnsinnig ausschlägt? Gibt es etwas zu tun? Habe ich es dir nicht schon gesagt? Am besten, du probst als nächstes deinen Kanonenkugeltrick. Oder du guckst dich in der Gegend um. Vielleicht findest du jemanden, der sich unsere Vorstellung ansehen möchte. Dann mache ich lieber das Zweite. Bis später. Ja, bis bald. Und denk dran, immer lachen. Immerhin bist du ein Clown. Oh Mann, dieser arme, 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 arme. Cedric. Äh, Cedric. Entschuldigung. Ähm, hier ist er wirklich arm dran. Ich weiß nicht mal mehr seinen Namen. Also, können wir jetzt eigentlich noch irgendwo hingehen? Äh, so geht meine Leertaste nicht. Da geht sie wieder. Äh, das hatten wir alles. Jetzt hier nochmal zum Schnachzapfen. Können wir am Schnachzapfen irgendwie vorbeigehen? Nee, hier nicht Zugtier. Äh, das heißt, wir sind hier erstmal irgendwie, stecken hier irgendwie fest. Müssen irgendwas machen, um woanders hinzukommen. Wir haben uns die Falle noch gar nicht angeguckt, ohne Spot. Die Feuertrachenfalle ist schon wieder leer. Opa benutzt immer Noaie-Eier als Köder. Noaie-Eier? Die Falle ist leer. Und das ist auch ganz gut so. Feuertrachen sind fliegende Brandherde mit einer Tendenz zur spontanen Selbstentzündung. Unnötig zu erwähnen, dass Spot ganz vernarrt in die Dinger ist. Oh ja, klar. Ähm, was bringt das eigentlich mit Spot, dass man den hier wechseln kann? Von dem in den anderen. Wie bewegt er sich denn da? Ach, ist das süß. Wie so eine kleine Rauche. Da macht er auch noch Lärm dabei. Quich, quich, quich. Also. Müssen wir jetzt, was haben wir alles im Inventar? Müssen wir mit dem Zeug irgendwas anstellen? Wir haben einen Schlüssel, wissen aber nicht wofür. Wir haben eine Schaufel, ein Haarnetz, ein Taschentuch, ein Gebiss, eine Bärenkalle und den Zettel. Laut Zettel müssten wir ja eigentlich, also nach Zettel hätten wir schon viel früher aufstehen sollen. Achso, ich muss draufbleiben und angucken. Und hätten... Ey, wieso hast du dich wieder geschlossen? Ich hab nichts geklickt. Und hätten... Spot füttern müssen. Den haben wir jetzt ja was zu trinken gegeben. Das reicht jetzt erstmal. Wir müssen ein Publikum suchen. Drohne waschen, Wohnwagen aufräumen. Ich weiß nicht, wie man Publikum sucht. Haben wir noch irgendwas, was wir hier drin machen können? Hier nicht. Wir haben ja jetzt... Haben wir irgendwas, was wir als Griff verwenden können, um in den Ofen zu kommen? Wir könnten das mal mit der Bärenkralle ausprobieren. Äh, so ging das nicht. Momente. Ich krieg das noch. So, ich muss einfach nur einmal draufklicken. Das ist zwecklos. Die Klinke ist abgebrochen. Geht also nicht damit. Kann ich irgendwas anderes als Klinke verwenden? Die Schaufel zum Beispiel. Keine Chance. Ben hat bereits mehrfach versucht, den Ofen aufzubrechen. Und der ist viel stärker als ich. Wenn man nur irgendwie von innen ran käme. Du willst also doch von innen ran. Spot, können wir dich da oben reinstopfen? Ben hat leider recht. Ach so. Wieso hat... Was hat er recht? Kann ich dich da reinstopfen? Hm, das könnte tatsächlich klappen. Hey Spot, ich brauche deine Hilfe. Wir müssen den Ofen aufbekommen. Meinst du, du schaffst das? Na dann mal los. Das ist ja süß. Danach müssen wir dich aber wirklich waschen, kleiner Spot. Oh, ganz grau. Ach, wieder grün. Nicht ganz übel. Super hast du das gemacht, Spot. Los, gib ihn mal hier. Hopp. Knuddeln. Knuddellen. Nicht auf die Kerze, auf dich. Ach, du bist ja doof. Nicht ganz übel. Du hättest doch Danke sagen können. Du kannst doch wenigstens... Hey, das ist doch Ben's Schatulle. Was hat die denn im Ofen zu suchen? Ha, dafür der Schlüssel. Hoffentlich. Nimm sie raus, nimm sie raus. Können wir die mal hier auf Spot anwenden? Hast du eine Idee, wie wir die Schatulle aufbekommen? Hast du überhaupt mal eine Idee? Hey, der hat ja gar geholfen, du Grießkram. Schlüssel in Schatulle stopfen. Ach, warte, erst mal noch hier. Noch sinnloser als aus dem Nähkästchen zu plaudern, ins Nähkästchen reinplaudern. Ins Kästchen reinplaudern ist gut. Probieren wir das nächste Mal. Ob das der Schlüssel zu Bens Schatulle ist? Er passt, die Schatulle ist offen. Hui, Karte. Eine offene Schatulle. Jetzt sollte ich mich eigentlich nicht mehr verlaufen. Ja, kann ich sie jetzt sehen? Dann kann man sich die nur draußen angucken, oder? Jetzt sollte ich mich... Okay, nehmen. Äh, nehmen. Auch nicht. Nein, das ist keine Speisekarte. Ach so. Sagte der Clown, aber niemand lachte. Entschuldigung. Spot, guck mal, Karte. Guck mal, Spot. Wir haben Bens Karte. Wir haben Bens Karte. Wir haben Bens Karte. Vielen Dank.